Das ist die Herbert Prohaska, Dress von der WM 78, in diesem Trikotumsache in Kordoba gespielt. Und da muss ich noch fragen, wie war das mit dem Herbert so lange zu spielen? Ihr habt jetzt eine besondere Freundschaft gehabt und eine unglaubliche Austriermannschaft gehabt, oder? Na ja, wie soll ich das erklären? Der Herbert Prohaska, Fußballer, ich brauche mal nicht reden, war er grandios. Menschlich ebenso, aber wenn du es einmal als Nebenspieler gehabt hast, dann ist er das eine oder andere Mal schon ein bisschen auf die Nerven gekommen. Weil gerannt hat er ja ohne Ende, nicht nur mit den Schiedsrichtern, sondern auch mit den eigenen Spielern, wenn er einen Fehlpass gemacht hat, hat er die so angeschaut, wie wenn du schlecht kriegst, weißt du, wie du gesagt hast. Mit dem hat er es halt dann schon reden müssen, aber...